hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei avatar spielen wir heute mal weiter also mein erst eindruck vom spiel ist sehr positiv freue mich schon da haben wir irgendwas mit dem sound wieder falsch gemacht so besser ja meinem knie geht es nur immer nicht besser ich freue mich wenn ich mal die ecografie machen kann das ist dann schlüssiger wird die sache so wo waren wir gestern hier hängen geblieben wir haben was war denn los ich habe sie gehört ich habe noch ein rda zug ausgeschaltet wie muss ich abwachen Okay, das wird hier schön doppelt. Das wird hier schön doppelt. Also, wo muss ich genau hin? Das wird hier schön doppelt. Ich spreche mit Priya. Sie ist im Hauptquartett des Widerstands. Okay, das heißt, ich muss aber rein. Dann gibt es hier noch Sachen, die ich nehmen kann. Ich sollte ein bisschen mehr rausgehen. Pandora entdecken. Scheitert die Vorbereitung? Mach dich bereit zu scheitern. Sei einfach cool. Liefere Teile wie ein normaler Mensch an Alka. Sieh's dir an. Sie ist, naja, verloren. Weil wir nicht für sie gekämpft haben, als wir die Chance hatten. Also kämpfen wir nun für eure. Wir werden hier etwas bewirken. Gemeinsam. Oh! Solek sucht auch nach dir. Hab ihm versprochen. Ich denk dran. Sag ihm das. Was ist denn im Lager los? Ist der Funk tot? Die Nacht ist wunderschön, aber auch absolut furchterregend. Ich möchte mehr Navi lernen. Ich glaube, meine Aussprache wird langsam ziemlich gut. Wir haben diese schönen Nächte vernetzt. Der Quest Cursor, der ist irgendwie scheiße. Ich krieg noch Nackenschmerzen, wenn ich weiter nach oben starren muss. So, ich verstehe nicht, was die genau meinen. Der steht dann auf der Karte Anzeigen. Hier findest du Herstellungstechnik, Kochstelle, Kunsthandwerk und Wechselplatz. Sprich mir zurück. Er ist in der Wartung. Das heißt, eigentlich bin ich schon richtig. Die Menge an Schadstoffen in der Luft ist besorgniserregend. Oh, ich bin desertiert, sobald ich die Chance hatte. Manchmal frage ich mich, ob es ein Fehler war, sich zu melden. Ich könnte den Außenbereich ausbauen. Vielleicht haben wir bald noch mehr Navi hier. Lass es mich wissen, falls du Probleme mit dem Multitool hast. Wenn wir die Vorratslieferung nicht bis Freitag kriegen, gibt es Ärger. Passende Arbeitskleidung. Passende Arbeitskleidung. Die. impuls darin. Okay. Ja, richtig. Ich habe von dem einen Teil ja zu viel. Kann ich die hier einlagern? Nö. Anscheinend nicht. Ich soll hier rein. Ah, da wird es wohl nichts. Du hast dich gut geschlagen. Haben die Menschen dich auch ihre Waffen geleert? Nein. Die RDA hat meinen Clan abgeschlachtet. Mit Kugeln zerfetzt. So habe ich gelernt. Ich weiß, wie man sich als letzterer seines Clans fühlt. Die Menschen und ihre Waffen sind hier, um Leid zu bringen. Die Menschen hier waren einst RDA. Und ich werde sie daran erinnern. Wir sind nun verbündet. Aber es ist nicht ihr Krieg. Sie kämpfen für den Geist ihrer Welt. Wir kämpfen für unsere Heimat. Letztlich hat Mercer seinen Willen bekommen. Wir sind Soldaten. Wir sind Soldaten. Ich habe eine aufgezogen. Ich habe eine aufgezogen. Für deine ersten Schritte zur Freiheit. Erschaffe eigene Erinnerungen. Neue Lieder in deinem Herzen. Ich hoffe, das können wir. Rednella will wirklich wissen, dass es heißt, Sarentu zu sein. Aber bei der Tarsio, Shinor verwirrt. Aufgebracht. Ewa zeigt uns, wer wir sind. Und wer wir sein können. Aber sie erinnert auch an das Verlorene. Für dein Volk ist das eine schwere Bürde. Der Hinterausgang ist etwas versteckt. Er könnte... Eine Perla von Solek zum Gedenken an die ersten Schritte des Sarentu Clans zur Freiheit und zum Erwachen Pandoras. Äh... Äh... Noch schien aufgebracht, äh... Von unserem Erlebnis am Tarsio. ...wenn der dort sein. Hier, meine Waren. Lass dich nicht erwischen. Oh, ja. Oh, ich hatte den Waren... Nach dazu, um genau zu finden. Wo habe ich noch aufg liked. パieurs Waren die Erwachen aufEROINA wünschen? Der Feind greift immer näher um sich nach. Aspreのは... Ok. Also wahrscheinlichiyi wir mal machen. Hey, wie es scheint, muss ich noch mal hier rein. Nur kurz wegen des Teils, das ich für das Funkgerät brauche. Hab mich nur gefragt, ob es vielleicht gefunden wurde. Und ich hab dich beim Essen vermisst. Jin Yang sagte, dass du gegangen bist, kurz bevor ich kam. Nicht, dass ich ihn gefragt hätte. Er erwähnte es nur und ich meinte, oh nein, wie schade. Wie auch immer. Wenn du das Teil bekommst, könnten wir uns treffen. Okay, bis dann. Der Ausschnitt ist schief. Was darf es heute sein? Lass dich nicht zerstückeln. Das ist, als würde man in eine Jauchegrube treten. Ich möchte mehr Navi lernen. Ich glaube, meine Aussprache wird langsam ziemlich gut. Ich war zu offensichtlich. Jetzt hält sie mich für einen Idioten. Suche nach Zeichen von Nord-Solek-Low. Noch kann durch den Hinterausgang gegangen sein. Außerhalb des Forschungsbereichs im Hauptquartier des Widerstands. Hey, Priya. Hab deine Nachricht über die Funkteile bekommen. Wir waren gestern unterwegs, aber ich konnte nichts für dich finden. Waffentechnisch waren wir erfolgreicher. Sorry, will dich damit nicht langweilen. Also ja, Alex hat gestern etwas erzählt. Ich höre ihm ja meistens nicht zu, weil es halt Alex ist. Aber er sagt ja etwas von einem Meteorenschauer. Vielleicht könnten wir uns das ansehen. Nur wenn du Lust hast. Soll sehr schön sein. Hat mich an dich erinnert. Wenn du magst, treffen wir uns dann also um Mitternacht am Landeplatz. Keine Sorge, das Hauptquartier ist stark. Gebaut, meine ich. Ich habe einen großen Teil davon gebaut. Die ADL-Aktivitäten hier zerstören die örtliche Flora. Nur, wo bist du? Es hat vielleicht zu tun mit... Vielleicht später. Es hat vielleicht zu tun mit... Nor muss hier langgekommen sein. Okay, denk nach. Nor hat die Basis verlassen. War definitiv hier. Geplatzte Adernhülse muss hier durchgehetzt sein. Der Geruch. Oh ja, folge dem Geruch. Pria, hörst du mich? Ich habe die Spur von Nord bei den Klippen verfolgt. Aber seine Fährte verloren. Ich glaube, er hat einen Fluss überquert. Er ist sicher nicht weit weg. Vielleicht wollte er nur ein wenig erkunden. Vielleicht. Ich klettere jetzt weiter. fürs Zuschauen. Okay. Ohh! Das war's für heute. 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 Okay, cool. Okay. 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 Ah! Oh, Gott. Hallo! Das sieht aus wie der Jupiter. Das sieht aus wie der Jupiter. Wir sind immer noch Sarantum. Daylan spricht kaum unsere Sprache. Ihm war die menschliche Sprache schon immer lieber. Alma sagt, wir brauchen Zeit, uns anzupassen. Alma ist keine Naht. Wie? Warum ist die RDA zurück? Sie wollen mehr von Pandora. Immer mehr. Wir müssen kämpfen. Ja. Aha, Ri hätte es genau so gewollt. Hey! Kann mich jemand hören? Hör zu, Alma hat ein Problem in unserem westlichen Lager. Da ist jemand verletzt. Ich höre dich. Oh, gut. Da ist noch mehr RDA in die Richtung unterwegs. Geh. Ich suche Riednella und Daylan. Wir sichern das Hauptquartier. Boah, wir haben noch einen Skillpunkt. Jäger, Krieger, überlebende Hersteller, unbekannter Erinnerungen. Also, die Dauer von Stärkung durch Essen wird um 25% erhöht. Das ist interessant. Deine allgemeine Grundsundheit wird um 30% erhöht. Das ist definitiv, was ich brauche. Kann ich hier runterspringen? Das wäre vielleicht keine gute Idee. So, hilft dem Widerstand. Zeit verbleibt, Alma und so. Werden in der Forschungsstation des umgegriffenen Volker dem Rausch bei den Aufragenden. Ich bin unterwegs, Priya. Der ganze Rauch zieht sicher noch mehr RDA-Token an. Ich komme Ihnen zuvor. Versprochen. Oh, Mann. Was ist das? Das wird wehgetan. Das wird richtig wehgetan. Was ist das aber so runterzuschreien, bis es keine gute Idee ist. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2021 ZDF, 2021 ZDF, 2021 ZDF, 2021 Bitte beeil dich, das klang echt schlimm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Anker ist bei einem Feldlabor und dann hin. Bin unterwegs, Priya. Der ganze Rauch zieht sicher noch mehr RDA-Token an. Ich komme Ihnen zuvor, versprochen. Ich bin unterwegs. Ich habe keine Zeit für dich. Ich bin unterwegs. Ich muss aber jetzt gleich starr sein. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Verdammt! Wir haben sie uns gefunden. Das liegt nicht auf ihrer Route. Sie suchen jetzt nach uns. Okay. Das wird wieder... Alles klar? Hör mir zu. Das wird schon... Hier. Sowas schon mal gesehen? Äh, nein. Meine Sorge ist einfach. Da kommen noch mehr. Ich muss ihn stabilisieren. Beeile dich. Vor uns ist eine Öl-Raffinerie. Ich werde die ADA dorthin locken. Halte sie von Alma und Hajir fern. Du schaffst das. Ich beeile mich. Was? Wo? Atme. Nutz deine Umgebung. Such nach Höhlen. Sie werden in deine Falle laufen. Auf dem Dach ist mehr Munition für den Schleuderstock. Die kannst du bestimmt gut brauchen. Die Worte. Sie laufen bei uns. Die Worte. Die Worte. Die Worte. Jäger. Die Worte. Die Worte. Ja, die sind. Finde! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin noch nicht fertig. Handleer blutet noch. Es ist zu viel. Ich brauch ein paar Bandszeug. In der Nähe ist ein Lager. Medikamente. Ich werde es finden. Warte hier. Ich werde es finden. Ich spüre es auf. Ich spüre es auf. Ich spüre es auf. Ich spüre es auf. Überprüfe auf Bedrohung hin. Roger. Arma, ich habe die Fracht gefunden. Ich bin gleich da. Bitte. Beeil dich. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich bin bereit. Das sollte den Rest ablenken. Ich bin sicher, dass das Lager leer ist. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist das? Nein! Na, Mist. Da wollte ich den unbedingt erwischen. Gut. Sprengstoff ist bereit. Das sollte den Rest ablenken. Stell sicher, dass das Lager leer ist. Ja. 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 Aranahe sind sich normalerweise einig, doch der Krieg sorgt für Reibereien. Viele verschließen ihre Augen, doch ein Zarentum könnte ihnen helfen. Sollte die Reibereien haben, aber die Reibereien haben, dass die Reibereien die Reibereien haben. Die Spuren der Nebelblüte steigern für eine kurze Zeit den Blutfluss der Nervie. Wenn sie eingeatmet werden, wird sie schneller und beweglicher. Die Spuren der Nebelblüte steigern für den Blutfluss der Nervie. Die Spuren der Nebelblüte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, du und dein Groll. Wenn du schlau bist, lass nicht zu, dass sie dich mit Seide und Farben einwickelt. Wir Aranahe sind Köche. Relun ist leicht reizbar, aber er ist der beste Koch und das weiß er auch. Ihre Mutter. Und hier meine Freundin, Gitangi. Neweka, nimmst du den Sarrentou schon unter deine Fittiche? Wäre auch keine Schande. Sieh dir diese Kleider an. Erbärmlich. Grob und stachlig, wie Einsiedlerknospen. Dir fehlt die Anmut deiner Ahnen. Sie hat den Geschmack. Grob und stachlig, so bin ich nun mal. Nun wirst du erstrahlen. Unsere Farben lassen den Regenwald erblassen. Unsere Seide ist gut. Verstärkt mit Sturmbiestleder, damit du nicht gefressen wirst. Oder wenigstens schwer zu schlucken bist. Kann das Kind Pferden lesen? Ich schlage mich ganz gut. Ganz gut? Was halten wir davon? Bist du damit zufrieden, Kind, oder schlägst du dich nur durch? Etu ist Jagen. Er wäre ein guter Lehrer für dich. In der Tat. Wenn du ihn findest. In der Nähe des Wassers gibt es ein Jagdlager. Etu wird dort sein. Aber störe seine Jagd nicht. Das würde er dir übel nehmen. Weiter, Mayantu. Eine respektvolle Jagd zeigt, Katna, dass du alte Wege gehst. Kein Grund zur Eile, mein Kind. Du kannst jetzt gehen, wenn du willst, oder bleiben. Und die wunderschöne Seidenernte in Ruhe genießen. Die Arana-He gönnen es dir. Was benötigst du? Bleib wachsam, Kind. Wonach suchst du denn heute? Nutz das gut. Hast du Wu-An gesehen? So? Weißt du, wo Wu-An ist? Sie hat versprochen, mir Färbemittel zu bringen, aber sie ist jetzt schon ewig weg. Ich kenne sie nicht. Tut mir leid. Ich kann mein Material nicht selbst sammeln. Ohne Ikran. Wu-An wollte helfen, aber was, wenn ich sie in Gefahr gebracht habe? Ich kann gern nach ihr suchen. Oh, wirklich? Sie sammelt oft beim schattigen Hain. Vielleicht kannst du ja dort nach ihr fragen. So, ich habe die Arana-He getroffen. Du hattest recht. Es gibt viel zu tun. Wo bin ich denn jetzt noch ein Fisch? Nee. Kann ich weiterhelfen? Komm her, wenn du mehr brauchst. Ich habe die Arana-He getroffen. 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 Dieses Leben hat ihr gefehlt. Ich weiß. Aber Ewa verbindet uns. Die große Mutter ist in allem. Diese Verbindung muss genährt werden. Teile mit dem Clan. Nehme ihre Wünsche wahr, ihre Bedürfnisse. Sie werden es merken und dann im Gegenzug mit dir teilen. Du wirst sehen, keine Einsamkeit mehr gibt. Das ist es, was Heimat bedeutet. Könntest du mir bei einem Problem helfen? Alehmun und Neon, unsere Späher, beide sind aufmerksam und zuverlässig. Leider zanken sie andauernd. Ihr jetziger Streit klingt jedoch besorgniserregend. Vor allem Neon wirkt so angespannt. Den beiden würde etwas Sarantu-Diplomatie guttun. Leider auch findet, dass diese mehr was sind. Hoffentlich sorge ich mich ohne Grund. Hoffentlich habe ich was für dich. Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Dayu will nur helfen, aber er macht alles nur schlimmer. Der Heimatbaum kann nicht so viele Kinglor beherbergen. So. Oh Gott, der hat recht. Oh Gott, der hat recht. Die Umfeldverschmutzung unzudämmend, die Luftqualitätsschritte blablabla. Okay. Okay. Ich denke, das ist mega schön, dass ich schon noch die Hauptquests machen. Ich habe die Leute beim Schottigenheim vom Wohlen. Die Himmelsmenschen verdarben unsere Lande. Sie müssen gestoppt werden. Okay, ich dachte, dass ich die Welt sicher weiß. Okay. 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 Ja. 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 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ich gebe mich zu neuer Position! Oh, ich bin getroffen! Oh, ich bin getroffen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erledigt, Alex. Das Feldlabor ist aktiv. Wundervoll. Ich empfange bereits Daten von deiner Seite. In den Laboren wurde viel geforscht, aber nichts wirklich zu Ende gebracht. Wertvolle Daten nicht genutzt. Ein Terminal sollte mit dem Hauptquartier verbunden sein. Lass uns das mal checken. Probiere bitte jetzt aus, ob es aktiv ist. Alex, hörst du mich? Laut und deutlich. Großartig. So ein Terminal ist in jedem Labor. Prüf sie dann bitte alle. Man weiß ja nie, wann etwas Interessantes aus dem Hauptquartier kommt, oder? Over. Ich verstehe. Ich kann bessere Ausrüstung herstellen, wenn ich die Sachen in einem besseren Zustand finde. So, dann habe ich hier einen Schnellladepunkt. Sehr interessant. Und habe damit ein Teil der Map wieder neu entdeckt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal essen. Und dann werden wir weitersehen, was wir machen. Ich denke, hier in der Station passiert mir nichts. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Das, was wir machen. Vielen Dank. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sehen wir uns jetzt. So, dann schauen wir uns hier und dann? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Ich glaube ich habe mein Ziel erreicht. Es hat vielleicht zu tun mit... Sieht falsch aus. So nicht. Sieht falsch aus. Verloren? Wu-An muss hier überrascht worden sein. Ich frage mich ob... Sieht falsch aus. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber was noch? Was ist das? Gut, von hier sind Pfeile. 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 Was ist das? Kein Kudu. Muss mir das näher ansehen. Fokussieren. Hajiya. Ich habe etwas Seltsames entdeckt. Ein Tier. Doch es wirkte gequält. Es hatte kein Kudu. Hajiya? Hallo? Kein Kudu? Bist du... bist du dir absolut sicher? Weißt du was darüber? Komm zu mir ins Hauptquartier. Schnell. 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 Okay. Aber was noch? Okay. So, bei bestem Willen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, wie bin ich zu dumm, um hier irgendwie Lösungen zu finden? Oh Gott, wie bin ich? Oh Gott, wie bin ich? Entweder übersehe ich gerade was schrecklich oder keine Ahnung. Oh Gott, wie bin ich? 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 Zurück! Ich bin... Du musst Wuhan sein. Neytu schickt mich. Sie macht sich Sorgen um dich. Ah, typisch Neytu. Aber diesmal hat sie auch Grund dazu. Ich bin hier gefangen. Gefangen? Natterwölfe. Mit seltsamen Symbolen. Und ohne Kuru. Unnatürlich. Unnatürlich? Nicht von Ewa. Schneller als andere Natterwölfe. Fieser. Sie werden nicht von Hunger oder Furcht getrieben, sondern von Kummer. Sie haben mich überrascht und meinen Bogen zerbissen. Sie suchen mich. Ich höre sie. Das Grauen, das sie erlebt haben müssen, um so zu werden. Sind die Himmelsmenschen schuld? Sie haben keinen Frieden. Keine Ruhe. Nur die Jagd. Da sie dich verfolgen, kann ich sie vielleicht überraschen. Vielleicht. Aber... Sei gnädig und töte sie schnell. Erst dann können sie endlich wieder mit Ewa vereint werden. Das haben die armen Tiere verdient. Passt! Oh, dieْ Schütteln! Oh. 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 Lass dich nicht umzingeln! Zurück, ihr unnatürlichen Biester! Zurück, ihr unnatürlichen Biester! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zurück, ihr unnatürlichen Biester! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich finde aber keiner mehr Herr Dester Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, dann haben wir die Mission aufgeschafft. Das war's. 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 Oh, Das war's. 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 Der Rest der ADA kriegt auch noch ihr Fett weg. Er sagte, sie wären breckig. Was meinte er damit? Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe sie immer wieder gereinigt, wenn er sie mir aus den Haaren gezogen hat. Und sie immer wieder zurückgesteckt. Meine Mutter hat sie einst so getragen. Ich will sie ehren. Ein Zadentou-Zuhause braucht Zadentou-Traditionen. Ich bin unsicher, wie sich ein Zuhause anfühlt. Ich auch. Kaum zu glauben, dass wir so lange geschlafen haben. Aber Daylan ist glücklich. Nor versucht es zu sein. Und bist du es glücklich? Ich will unsere Ahnen durch Awa finden. Irgendjemand muss wissen, warum und ob sie uns verließen. Alles, was Mercer gesagt hat, wir müssen es rausfinden. Alma glaubt, Mercer plant etwas. Täglich trifft mehr RDA ein. Ich werde tun, was ich kann, um ihr zu helfen. Sein Scheitern wird mich glücklich machen. Ist trotzdem seltsam, euch hier zu haben. Als wärt ihr von den Toten auferstanden. Man muss sich dran gewöhnen. Geht uns auch so. Ihr seid alle so stark. Unverwüstlich. Sieh nur, wie gut Daylan sich angepasst hat. Das habe ich mir immer für euch gewünscht. Eine strahlende Zukunft auf Pandora. Du hättest uns gehen lassen sollen, wie Nor sagte. Ja, darüber denke ich die ganze Zeit nach. Zumindest sind wir so eine Familie. Und stehen gemeinsam gegen Mercer. Er ist aus einem Grund zurückgekommen. Er will etwas. Etwas Großes. Wir halten ihn zusammen auf. Was auch immer uns erwartet, wir werden bereit sein. Den Flug spüre ich noch. Aber Anker... Wir haben ihnen Angst gemacht. Du kämpfst mit ganzem Herzen. Eine Schande, deine Freunde nicht. Das tun sie. Nor benutzt nicht gern Metall, aber er hilft dem Widerstand. Und Rinella arbeitet mit Alma. Daylan. Er glaubt, ich sehe seine Augen nicht aufleuchten, wenn ein Mensch ihn anspricht. Repariert Dinge für sie und beantwortet ihre Fragen. Er sucht Bestätigung. Er mag einfach Menschendinge. Wer sich selbst nicht kennt, sucht Bedeutung woanders. Doch ich kann ihm nicht alles beibringen. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Zahrentu zu sein. Ich auch nicht. Du lernst. Und du kannst ihm zeigen, dass sich Trost in den Bräuchen der Nabi findet. Und du kannst ihm sagen, dass sich Trost in den Bräuchen der Nabi ist. Okay, na gut. Es war eine dumme Wette. Mhm. Ich meine, ich hab da nie aus... Du erscheinst ruhiger. Ich will helfen. Irgendwie. Mercer und Harding müssen für das bezahlen, was sie getan haben. Zusammen mit dem Widerstand haben wir eine echte Chance. Ich will die Vergangenheit wieder gut machen. Waren es wirklich 16 Jahre? Die Menschen sagen, besser spät als nie. Aber trotzdem zu spät für Ahari. Damals habe ich mich nicht gewehrt. Wie denn auch? Wir waren doch noch Kinder. Das hat sie nicht aufgehalten. Sie war mutiger. Der Widerstand soll ihr Erbe sein. Auch wenn es bedeutet, mit den Menschen hier zu arbeiten? Vielleicht sind nicht alle Menschen gleich. Hey. Gut, dass du hier bist. Das Tier, das du entdeckt hast. Ohne Kudu. Bestien. Die ADA hat sie gefangen und ihre Kudu entfernt. Es war brutal. Warum tut jemand so etwas? Um sie zu beherrschen. Das ging schief. Sie litten nur. Konnten nicht gezähmt werden. Und ich war beteiligt. Ich schäme mich so. Sie töten grundlos. Deshalb habe ich die RDA verlassen. Ich konnte nichts tun. Wir müssen das beenden. Sie von diesem Dasein erlösen. Ja. Tu das Richtige. Sonst zerstören sie das Ökosystem. Anker hat seltsame Aktivitäten gemeldet. Das könnten Bestien sein. Ich sende die Koordinaten. Es tut mir leid, dass es so weit kam. Du brauchst was Neues. Lass dich nicht zerstückeln. Genau. Und jetzt war's. Okay, Emma. Ich spreche über meine Gefühle. Was für eine Zeitverschwendung. Sie meint, ich muss was verarbeiten. Sie ist Ärztin, okay. Durch und durch. Solche Entscheidungen sind nicht leicht. Ist ja nicht so, dass ich keine Kinder möchte. Und Jin wäre ein unglaublicher Vater. Aber die Familienplanung musste erstmal hinten angestellt werden. Er weiß das. Die Umstände sind jetzt anders. Wir gehen nicht für ein paar Jahre reisen und kehren dann heim. Wir gehören jetzt zum Widerstand. Wenn wir Kinder kriegen, dann auf Pandora. Ich will das nicht in einem Kriegsgebiet. Und selbst wenn wir sicher wären, was es hier nie wirklich ist. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was wäre ich für eine Mutter? Besser als meine? Jin wäre mein Ausgleich. Wenn er noch ein bisschen durchhält, bis es sich beruhigt hat. Vielleicht sprechen wir dann nochmal über das Thema. Kolonialisierung? Von Pandora? Klar. Die bauen Häuser zwischen Natterwolf-Nestern und Hammerkopfwasserstellen. Nichts ist gerade wieder vor. Was wir wohl mit einem 3D-Drucker machen könnten. Ich meine... Wähl weise. Jo. Lass dich nicht erwischen. Hier, sieh dich gerne um. Pass gut auf dich auf. Der Rest der ADA kriegt auch noch ihr Fett weg. Sind die Treppen schon hoch? Hier, sieh dich gerne um. Pass gut auf dich auf. Okay, ich habe drüber nachgedacht. Weißt du, worauf ich verzichten könnte? Die riesigen Insekten, richtig? Fängst du wieder damit an. Bingo. Ah, hier sind die Treppen. Ich kriege jetzt wieder was Neues. Du sagtest, es gehöre jemandem vom Widerstand? Ja, menschlich, angesichts der Schuhabdrücke am Fundort. Und weiblich, wenn man der Audioaufzeichnung glauben kann. Sie wurde weit entfernt vom HQ aufgenommen. Absichtlich. Ein weiblicher Mensch. Nicht viele Optionen. Viel Glück. Du hattest recht mit Taylan. Ich bin froh, dass ich auf dich gehört habe. Wem könnte das kaputte Tablet gehören? Da hat sich jemand alleine rausgetraut. Also jemand mit Mut. Mit Stolz. Zu stolz, wenn Privatsphäre wichtiger als Sicherheit ist. Hm. Hört ich im HQ des Widerstands auch. Hab gehört, Jake war wieder unterwegs. Tja, du weißt, wie er ist. Vollzeitnavi und so. Er lebt sein blaues Wunder. Muss komisch sein, den Körper, in dem man geboren wurde, für immer gegen einen neuen einzutauschen. Warst du vor kurzem im Regenwald, Naline? Ja, ich war gerade in einem Feldlabor. Bin gerade erst zurück. Hast du was verloren auf dem Rückweg? Irgendein Gerät vielleicht? So was habe ich nicht dabei. Das Labor hat alles, was ich brauche. Wer kaum etwas bei sich trägt, kann auch weniger vergessen. Keine Zeit für Poesie, nehme ich an. Für Poesie? Ich glaube, das Tablet gehört dir. Nein, meins ist sicher in einem Spind weggeschlossen. Siehst du die Kratzer? Es gehört wohl jemandem, der nicht so achtsam damit umgeht. Ich sollte mir die leeren Außenposten ansehen. Da liegt auch gutes Material rum, schätze ich. Wem könnte das kaputte Tablet gehören? Da hat sich jemand... Anka, warst du vor kurzem im Regenwald? Nun ja. Ich bin Pilotin. Bin ständig draußen. Muss die RDA im Auge behalten, weißt du. Hast du vielleicht ein technisches Gerät verloren beim letzten Mal? Was? Sicher nicht. Dazu müsste ich schon ein Tablet oder so direkt aus dem Cockpit werfen. Ich sagte Gerät, nicht Tablet. Wie kommst du auf Tablet? War das Erste, was mir einfiel. Keine Ahnung. Meintest du dieses Tablet? Wo zur Hölle hast du das her? Ein Rana-He-Sammler führte mich zum Fundort. Was? Hast du darauf entdeckt? Audioaufnahmen. Warst du das? Verdammt! Lass uns woanders sprechen. Folge mir. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich muss nun meinen eigenen Weg finden. Es ist mir so peinlich. Ich habe den Ort extra gewählt, damit sich niemand meinen Unsinn anhören muss. Wie viel davon hast du denn gehört? Alles? Aber ich behalte es für mich. Oh, alles. Na toll. Die Wespen fanden mein Gedicht jedenfalls sehr schrecklich. Warum bin ich nur dort hingegangen? Wie albern. Was hatte ich mir dabei gedacht? Ich glaube, du hast an Liebe gedacht. Über Gefühle und solche Dinge kann ich wirklich nicht sehr gut reden. Ich wollte nur einen ruhigen Ort finden, um das alles zu verarbeiten. Man sagt, Liebe verleitet Dumme dazu, Dummes zu tun. Hätte ich nur darauf gehört. Selbst ohne die RDA und die üblen Zeiten, in denen wir leben. Weißt du, wie schwierig es ist, hier romantische Gefühle zu haben? Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne umgebracht zu werden. Kann ich dir helfen? Nein. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber lieber nicht. Ich wollte meine Gefühle zeigen und habe in ein Wespennest gestochen. In ein echtes. Schluss damit. Vergiss es. Ich verdränge es einfach. Darin bin ich gut. Oh, Ersatzteile. Zehn Stück. Im Klangunst. Erhüllt. Das ist sehr gut. Das bedeutet, ich habe jetzt wie viel von dem Teilen. Das sehe ich natürlich jetzt nicht, oder? Wo sehe ich eigentlich viel, viel Währung? Ich habe schon mal keine Verschwörend. Wie? Es gibt noch einen Schub. Es gibt noch einen Season Pass. Was? Okay. Wir haben Proben gesammelt und plötzlich... So, die Quest haben wir dann hier abgeschlossen. Ähm... Dann machen wir die hier. Schub... Denkst du die Leute vergeben hier? Vier Flügel. Ich hoffe es. Mist. Mist. Wir haben die Opterex. Ja. Das Lager ist wirklich schon Himmels. Aber ich sehe momentan hier. 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 Du trägst seltsame Stoffe. Ich sehe momentan hier. 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 Ich bin momentan hier. jäger hast du keine anderen kleider vielleicht eto deine ecke ist schön meine sonne kein wind ist zu stark keine prüfung zu schwer wir jagen mit dem herzen ein klang bist du hier um uns zu bewundern das verstehe ich gut nein ich suche nach eto andere clans kennen mich selbst verlorene lass mich raten nevika geschickt sie will dass ich lehre langweilig sicher zu hause den kindern von abenteuern erzählen sie verstehen es nicht was bedeutet sicherheit wenn man nie in gefahr war sonne und ich beherrschen den himmel mit klopfen den herzen mit allen sinnen das macht uns stark furchtlos die besten jäger nevika sagt du jagst sturm bist darf ich mitkommen darauf bist du also aus kannst du überhaupt jagen wurde mir nie beigebracht nie beigebracht was hat dein volk all die jahre gemacht gibt es ein land ohne jagd ein land in dem sich die kreaturen einfach zum sterben hinlegen siehst du das junge jäger üben zuerst das zielen über oder die sturmbiests werden dich nicht mehr sie ist nicht deine partnerin ich verstehe ich verstehe nicht und du entscheidest dich für deine schwächste waffe willst du dir das leben schwer machen komm und du musst lernen ihre zunge im zahn zu halten sonst gibt es ärger ich bin nicht mehr kranzig ich bin nicht mehr kranzig du musst dein und ich meine kranzig Das war's für heute. nicht schlecht dann ist ein dank wenigstens berechtigt mein dank meinst du das ernst was haben deine leute dir beigebracht wie hast du gelebt lange geschichte wenn ich das hören wollen würde wäre ich zu hause jedes mal wenn du jagst nimmst du ein leben daher musst du ihnen für ihre gaben dank wenn sie zur großen mutter zurückkehren ich sehe dich dein geist geht zu euer dein körper bleibt um uns zu nähren danke für diese gaben so kann sie zu den ahnen empor steigen gut merke dir das und verschwende die gaben nicht die gaben genau die haut das fleisch du weißt was du damit tun musst nevika wird es dir zeigen weiter jetzt du brauchst mich nicht als beschützer okay so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Ewa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. Danke. Das ist ein Heimatbomb. Okay. Hast du mehr frischen Nektar gesammelt? Oh, was du nicht sagst. Nevika meinte, du... Wie viele Jammerlappen wollt ihr mir noch schicken? Alles nur ein Scherz. Sie sagte, du wärst der beste Koch. Das Kind ist charmant. Und Ehrlichkeit von Nevika. Das klingt nach ihrer Strategie. Sie glaubt, mit Schmeicheleien erreicht sie alles. Komm, komm! Der Grießkram läuft nicht weg. Wenden wir uns nun ernsthafter Kunst zu. Was hat euer Heimatbaum? Etua sagte, dass er leidet. Ah, die Kinglor sind unruhig. Wir kümmern uns um sie, seit die Blüten geschlossen sind, aber es sind zu viele. Gatnat möchte, dass sich Etua nur ihnen widmet, aber ich glaube, das Kind tut schon, was es kann. Pass gut auf. Gatnat sollte sehen, dass du noch immer Navi-Fertigkeiten besitzt und ich will das auch. Schon wieder? Wie konnten sie es schon wieder zerstören? Gut. Jetzt zeig Gatnat, wie du deine Farben mit unseren F- Vermisch sie. So wie dein Volk einst. Hab keine Angst vor ihm. Er bildt laut, aber er beißt nicht. Ich komme gleich... Nach. Das ist ein einfaches Rezept. Könnte sogar ein Gammeltiere... Können diese mickrigen Himmelsmenschen so viel Chaos anrichten? Kaum zu glauben. Ah nein, es ist einfach alles drin. Okay, ich kann nicht die Sache wieder mitnehmen. Fremder. Ich finde, mein Handwerk ist viel besser geworden. Ich hoffe, mir liegt bestimmt zu. Dazu würde ein bisschen Sacro-Käse gut passen. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich versichere dir, du musst dir keine Sorgen machen Aber was, wenn jemand verletzt ist? Sind wir die, die bei einer Gefahr sagen, oh, hoffentlich hilft jemand? Nein, wir sind dieser jemand, Nejan Wissen wir, warum es abstürzte? Nein, wissen wir nicht Und deshalb will ich mit der Sache auch nichts zu tun haben Das rate ich jedem Auch dir, Saren Tu Entspann dich, Nejan Ich bringe dich nicht in Gefahr Ich könnte Hilfe brauchen Ich helfe gern Aber ich will keinen Ärger Ignoriere ihn, so wie ich Das Fluggerät stürzte bei der Weberblüte ab Beim Fluss Starten wir da Du wirst dort nichts finden, Aleimun Zeitverschwendung Saren Tu Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen Wo ist dieser sogenannte Versammlungsbau? Du wirst hier schon Hier gibt es einfach mal einen Loch Schmerzen Du wirst hier schon Tief Knochen Du hast du Du wirst hier selbst Versuch doch mal, nicht mehr mit etwas Rindenbruch anzumischen. Gepresst oder mit... Nevika hat ihren Willen bekommen. Jetzt siehst du wie ein Sarentu aus. Der Verlust eines Volkes schmerzt uns. Wir schätzten seinen Rat. Aber du bist nicht hier, um sein Wissen zu teilen. Die Himmelsmenschen. Der Widerstand kämpft gegen sie. Doch er braucht Hilfe. Deshalb bist du gekommen. Du stehst in unserem Heimatbaum. Selbst du, ohne Volk, musst seine Wärme spüren. Und ich soll den Krieg hierher holen? Nein. Sie bringen Krieg. Bitte. Wir Aranahe möchten keine Kämpfe. Aber du willst uns hineinziehen. Weißt du noch, deine Familie? Kaum. Mutter. Ihr Lächeln. Ihre Wärme. Hast du sie sterben sehen? Hat sie gelächelt, um dich zu beruhigen? Hast du Ewa's Licht in jemandem erlöschen sehen? Du hast richtig Eindruck hinterlassen. Katna ist sonst unerschütterlich. Bitte sei vorsichtig. Ich wollte ihn nicht verärgern. Kopf hoch. Starte dem Wipfel des Heimatbaums einen Besuch ab. Die Zeit ist zurück. Ich muss hier wieder nach oben. Ein Zarentou. Wirklich. Der Krieg ist unvermeidbar. Besonders für Jäger. Du hast dich selbst übertroffen. Das Fleisch war so saftig. Und diese süße Beerenkruste. Die Kinglor sind unruhig. Der Regenwald war einst ihre Heimat. Die Himmelsmenschen haben sie verjagt. Ist nur dieses Nest übrig? Ja. Und der Heimatbaum wird schwächer. Durch die vielen Kinglor hier. Ah. Sie. Wie die Königin sie umsorgt. Sie beschützt. Sie ist die geborene Führerin. Es wohnt ihr inne. Sie weiß, wo sie hingehört. Meine Mutter sagte, stetes Herz sieht stete Flügel. Bei ihr waren sie ruhig. Manchmal hat sie sie morgens gepflegt. Für sie gesungen. Ach. Ihre Liebe war genug. Keine Sorge. Sie tun nichts. Die Kinglor sind friedlich. Aber bei Gefahr werden sie wild. Ihr Stich schmerzt. Und sie greifen im Schwarm an. Auch wir müssen stechen. Iktu. Wo ist er? Dein Vater sucht nach ihm. Er ist nicht hier? Wir müssen zu Kattnad. Nein. Geh nicht allein. Suchen wir ihn gemeinsam. Das Volk braucht seine Zeit. Hier. Ich werde das regeln. Lass mich mit ihr gehen. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Wo ich hingehöre. Bei den Waldklippen ist ein Jägerlager. Sicher beginnt wie Philo dort ihre Suche nach Etu. Auf geht's zum nächsten Quest. Oh, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Verdoppelt die Menge der Kochzutaten, die du beim Jagen erbeutest. Das ist natürlich geil. Was habe ich hier? Die allgemeinen Schaden wird um 5% erhöht. Du kannst nun doppelt so viele Pfeile, Sperre und Schusswaffenkugeln wie gewöhnlich bei dir tragen. Das wäre natürlich richtig geil. Du verursacht 15% gegen markierte Feinde. Mehr Muni wäre schon gut. Es gibt schwerer Bogen, Kurzbogen und Langbogen. Okay. Er hat ein allgemeiner Schaden wird um 10%. Das ist natürlich geil. Also ich würde das nehmen, das nehmen. Das wären 7 Punkte. Das wäre natürlich auch geil. Was willst du bei den Aranae? Ich kann das schaffen. Ich kann das nicht. Geh weiter. So, muss ich jetzt gucken, welche, was die nächste Quest ist. I will accept it. 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 Was kochst du? Oh nein, mein Kind, du bist für das Gericht verantwortlich. Ich werde dich anleiten und dir etwas erzählen. Die Sarentou lernen schließlich gern die Traditionen der anderen Clans. Das gefällt mir. Wo bewahrst du die Zutaten auf? Ah, das Sammeln gehört zu deiner Reise, verstehst du? Die Hauptzutat ist Rindenfrucht. Scharlachpilze verfeinern den Geschmack. Wir benötigen makellose Zutaten. Gib dich nicht mit niedriger Qualität zufrieden. Nimm dir Zeit beim Ernten und beschädige sie nicht. Rindenfrucht und Scharlachpilze. Das klingt einfach. Einfache Rezepte sind oft nur schwer zu meistern, mein junger Sarentou. Und dieses hier ist das Einfachste. Leider hat der Gifthauch der Himmelsmenschen alles verdorben. Selbst diese Früchte und Pilze. Aber wenn du aufmerksam suchst, wirst du dennoch herausragende Exemplare finden. Lass dich von mir anleiten. Und ich verspreche dir eine lohnende Geschichte. Naja, das sagen sie alle. Okay. Okay. Ah, hast du unseren anderen Gast getroffen? Die Himmelsmenschen sind ab. Hm. Du bist nicht der einzige Gast der Ara Nahe. Kukulope, sie besucht uns gelegentlich. Von wo bleibt ein Rätsel. Wie du ist sie wagemutig, also nutze die Gelegenheit sie zu treffen. Man weiß nie, wie lange sie am Ikran-Landeplatz bleibt, bevor das Abenteuer wieder nach ihr ruft. Ein Sturngleiter ist vor kurzem in den Wald gestürzt. Weißt du, was los ist? Ich weiß, warum du hier bist. Ich will helfen! Oder mich überwachen. Etua schickt dich. Sie will nicht, dass ich Katnat verrate, was sie tut. Etua macht sich nur Sorgen um Etu. Typisch Sarentu. Immer diplomatisch. Hoffentlich. Irgendwann. Vielleicht brauchen wir deine Diplomatie. Wir sind keine Kämpfer und diesmal zu weit gegangen. Was meinst du? Die Himmelsmenschen kommen immer näher. Also wehren wir uns. Nur wir drei. Damit Katnat nichts bemerkt. Sonst ist immer alles in Ordnung. Wir kehren zurück. Feiern. Aber diesmal hat es Etu nicht geschafft. Er braucht mich. Ich muss los. Ich begleite dich. Ich folge unseren Spuren. Du hast keine Ikran. Ich kann hier suchen. Vielleicht sind Sommi und er näher, als du denkst. Vielleicht. Man findet ihn oft bei den Steinsäulen, den Hügel hinunter. Am Fuß der Klippen ist eine Höhle. Check deine Ausrüstung. Die Himmelsmenschen sind in Gruppen unterwegs. Und nimm die großen Blätter, um deinen Fall aufzufangen. Diese großen Blätter sehen dünn aus. Gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Lorai will sicher nicht, dass wir uns in ihre Angelegenheiten einmischen. Aber du kennst die Himmelsmenschen. Wir nicht. Und Lorai ebenfalls nicht. Kannst du sie vielleicht beim Schattigen reintreffen? Das tut er immer. Heilkochzutat. Das tut er auch nicht. Alles will ja. Dann gehen Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Gaben. Ich hab dich getötet. Ich hab dich getötet. Ich hab dich... Ich hab dich getötet. 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 Was ist das? Jetzt! Angriff über! 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 So! Angriff über! Eto, wir müssen aufhören. Nein, Somi braucht mich. Ruhe dich aus. Such weiter nach ihr. Finde ihre Fährte. Ich komme nach. Entschuldigst du mich kurz? Eto, wir müssen aufhören. Nein, Somi braucht mich. Ruhe dich aus. Such weiter nach ihr. Finde ihre Fährte. Ich komme nach. Eto, schnell! Sie ist hier! Summe! Was haben sie dir angetan, Schönste? Ich bin jetzt da. Teile deine Schmerzen mit mir, Somi. Somi, lass mich helfen. Wir müssen nach Hause, Somi. Du musst kämpfen, damit wir gemeinsam heim können. Du versuchst es gar nicht. Du solltest doch... Verlass mich nicht. Es tut mir leid. Wir können sie doch retten, oder? Fähre zurück zu Eowar. Bis die flüsternden Winde uns erneut emporheben. Freunde. Ich kam zu spät, Eto. Es tut mir so leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Sag Etua und Vephilo, dass ich in Sicherheit bin. Dank dir. Ich muss Somi's letzten Flug ehren. Vielleicht können wir es gemeinsam tun. Beim Heimatbaum. Ich lasse dir etwas Zeit. Ich lasse dir etwas Zeit. Ich lasse dir etwas Zeit. Ich lasse dir meine Schmerzen. Ich lasse dir das limite. Nein, ich lasse dir. Ich lasse dir das wondered. Nein, ich lasse dir. 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 Oh, oh, oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Gut. Vielen Dank. 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 So, dann geht's... here... ... 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 Hier drüben! Das Ziel für den Begriff! Nein! Das Ziel für den Begriff! Nein! Also, ich würde es tun! Ich werde es tun! Lass sie nicht entkommen! Kommt schon, fangt es ein! Ja! Wachsam bleiben! Dann kriegen Sie! Komm raus! Ich tue dir nichts! Hat jemand was gesehen? Suche nach Ziel! Vorsichtig! Wir finden das! Ich weiß, dass du hier bist! Hab nichts! Suche! Was? Was? Ich muss es machen! Was? 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 Das war's für heute. Ah, fuck off. Ich hab nimmer noch zwei Geishner. Das ist eine ganze Herde kill, nur um eins zu schnappen. Das ist eine ganze Herde. 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 Das ist eine 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 Herde. Nächster Punkt. In den Quests. Nächster Punkt. Engelsmenschen entweihen das Land. Man muss Geduld haben. Wind in Frucht und Scharlachpilze. Man muss Geduld haben. Man muss Geduld haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hoffentlich bleib... Hoffentlich hab ich was für dich. Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Hoffentlich hab ich was für dich. Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Edu hat recht. Die Himmelsmenschen sind Abschau. Beide geht. Das Wendel hat. Ich bin mir nicht mehr Gäste. Ich bin nicht mehr Gäste. Dazu würde ein bisschen Sakrokäse gut passen. Ich bin nicht mehr Gäste. Ich bin nicht mehr Gäste. Ich bin nicht mehr Gäste. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Was ist das? 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 Was läuft das? Warum ist das? housekeeping Wetter Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist eine andere Quest, weil das nervt mich, hier diese Zutaten zu suchen. Das war's für heute. 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 Was ist das? An alle Einheiten, kein Versteck! 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 Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Früchte brauchen Zeit zum Reifen. Soll es die Zeit zum Reifen. So, dann habe ich hier die nächste Stelle freigeschaltet, den neuer SpotZoom, es gibt noch viel zu hintergehen in der Welt, die Map ist verdammt groß, wie so typisch Ubisoft das, ja. Aber gut, ist nicht schlimm, das Spiel ist trotzdem geil. Der Effekt von Kampfstärkung durch gekochtes Essen wird gesteigert. Der Sammelfeld erleichtert es so, dass du mit größerer Wahrscheinlichkeit unter Tadellosbedingungen zahlst. Du kannst 5 weitere Kochzutaten in Herstellungsmaterial tragen. Das ist genau das, was ich brauche, dass ich da die Ressourcen mehr sammeln kann. Also das wird als nächstes freigeschaltet. Also das wird als nächstes. 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 Mit dieser Erinnerung der Sarentum. Das ist wieder eine Erinnerung der Fähigkeit. Es wäre aber gar nicht so dumm, diese Fähigkeit in alle zu nehmen. Er ist ja ziemlich nah. Aber gut, das ist für morgen. Dann kann ich mich sowieso darauf konzentrieren. Mal die Fähigkeiten hier noch weiter ausbauen. So, meine liebe Leute. Für heute reicht es fast 8 Stunden im Stream. Also 7,5. Das reicht für heute.